das glory green so schneefrei der map wo man wahrscheinlich nicht durchschürzen wird außer jetzt kommt schon in die richtung gestanden schon geblockt mach es rein ja macht es tatsächlich rein ich war leicht überrascht jetzt noch immer fufu wuf interesting nights das war fast keine gute idee lieber ich hätte es nicht hupfen dürfen keine schuld war nicht wert genug neben neben nah genug neben das spiel gewinnt wo das glory wegen wo ist er drin ok da war doch irgendwo ein eignet oder morgen wird jetzt schon mehr tor als ich gedacht habe eine riesen überraschung schon ist und pinch nicht schlecht Oh, Mist. Uh, okay. Hast du ein richtiges Schneefremde? Was läuft? Oder sind einfach die Jungs nicht so schlecht? Wankt er doch ab, oder? Ah, okay. Sorry. Hat er. Entschuldigung. Nicht erst am Ball. Schade. Ein Pass. Längerung kommt. Ein Toter. Ist er tot? Er ist tot. Uff. Der Pinch. Ah. Er hat nicht noch schlechter abprallen können. Will keiner pushen? Links hin. Ah, ja. Aussteigen. Was für ein Pass. Bruderstolz gemacht. Uff. Oh. 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 Das schreibe ich auch nur in den Team-Chat. Oh. B-T-Buch. Jetzt schon. Ja. Hier läuft. Oh. Oh. Outsch. Ist beide gleichzeitig getötet worden. Echt ein Dream Team. Sorry. Aber der ist nicht drüberwinter. Ob. Der ist wieder tot. nochmal durch Firi, ich auch, uff, 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 oh, vielleicht das ganze Spielfeld verwandelter Bruder, wie ich gesagt, ich muss es fast mit Schläfrei ersetzen, so wie das gerade läuft Ach, das ist der Schuss bis jetzt Eindeutig wie geplant, sowas kann nur geplant sein Der Pinsch, es ist geplant, kann er was anderes sagen Ach, da geschupft war der Junge Och, wenn das ein Eigentor gewesen wäre, da ist es wieder gut gewesen Oh, mir schießt es mal weg Das westliche Team von uns Was kommt da raus, nichts Bruder Oh, was hat er einmal zu oft berührt, wenn man einen Boost überhaupt Oh, noch ist gut Bereit Wunsch, natürlich Oh, ja, warum nicht Auf jeden Fall auf Bruders Seite Oh, fast Jetzt sind die gleiche Eine Überraschung, wenn Rocket League zurzeit Da rein Oh, ja, warte So schüchtern Das andere Lass mal anderen richten Oh, knapp Oh, gut Puder Puder ist nicht gestorben Der andere Puder Uff, Arsch, Alter Fast, fast Nichts raus, oder? Ja Oh, wirklich Ich locken den einfach wieder Ein Pass Direkt rein Mitten in die Puderwischen So eine Puderwischen Muss man haben Und Uff Der beste Pressball Nicht der beste Ballstopper Oh, ey Nicht der beste Angriff von mir Oh, mach ihn rein Rechte Sache Ja Ja, sehr schön Uff Ah, war wieder aufgegeben Ganzes Team gleich 2-0 Ja Kommt der Satz Jetzt kommt der Satz Ja Dann mach ich nach Bus ist wieder da Lass mal den Puder Machen Der Puder Macht das gut Der Tue Explosion Und die Rage Spreiten schon wieder Kann man nicht übernehmen Mitten im Spiel reinkommen Und dann Gleich mal Geboot werden Das kommt raus Uff, knapp Das sind meine Chichis Okay Okay, eins noch Eins noch Schreibt da Habt euch nicht gesehen Lustig 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 Wer ist erst Da drin, war Warte schon Ah Mist Nicht gerade einen Gewaltschuss. Oh, so kurz. Aber, ist er drin? Er ist nicht, doch, er ist drin. Uff, ich bin knapp. Besser nichts. Besser nichts. Ich weiß ja, ein Po, das ist so gefährlich gerade. Ah, mein Gott. Gut, pass. Uff, völlig. Gut. Gut. Okay. Oh, wir haben es nicht geschafft, Bruch zu drücken. Immer die Zerstörung und probieren weiter pushen. Bruder. Ah, warte. Ich. Na, besser lieber. Oh, sehr schön. Sehr schön. Mit der mitten drin. Das ist ein unaussprechbarer Namen. Ah, war nicht zu schlecht. War nicht zu weit vorne. Oh, schön gestoppt. Und komplett verfehlt. Ich selbst geopfert. Hoffentlich war es was wert. Ah, ich bin ja ganz mit. Sehe, nichts. Oh. Oh. War nicht drin. Was macht's hier? Wird wieder ganz auf die andere Seite mit drüber genommen. Was macht's hier? hege weiter ach schade und puder Oh ja, ich bin fast gehen können mit der Predigung auch noch. ok da führe ich dir besser 60 punkte nicht fähig uuuhhh boah schade gar nichts du musst jetzt dringend was kommt jetzt? ein guter mittelfeldpass wo? der eign door? nein, schade den hat er genau gerade noch drüber geschoben für mich schauts ganz aus du wusstest auch nicht gut verteidigt durchs Tor sieht man auch gar nichts durch tschuss komm mach es geh hol echt nicht meine Patti aber gut tschuss mal schauen ob alle drin bleiben sonst spielen wir noch eins dann sind wir fertig bis zu schon